Yo Freunde, was geht? Ich bin mega excited, aufgeregt man. Heute ist der Release meines Gear Pumps Booster in Apfel, Mapfel und Mango Zango Geschmack und ihr werdet jetzt den heftigen Trailer sehen. Ich wünsche euch viel, viel, viel Spaß und danach kommt noch die Erklärung, was genau in dem Booster drin ist, wofür er genau gemacht ist und wir haben schon sehr viele Old-Score-Body-Body-Body geschrieben und normale Body-Body-Body geschrieben. Die Zusammensetzung ist perfekt Leute und ich sage es so wie es ist, der Pump ist geisteskrank, wirklich ohne Stimms, ohne Koffein, man kann den immer zu sich nehmen, aber ihr hört sich zu viel reden, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Trailer, Freunde und bitte in die Kommentare und der Booster ist jetzt raus, gerne würde ich mich freuen über den Support, mit meinem ersten Athleten-Produkt von Neosub mit dem Code Rico Sparte, immer die beste. Rabatte und jetzt viel Spaß mit dem Trailer. Peace. Aus. Outrновaisen Outrinnen Outrновaisen Outrammersen Outrlair Also ich hatte ja schon mal einen eigenen Pump Booster gehabt und jetzt haben wir den Next Level Shit Pump Booster erreicht mit heftigen, vielen, geilen Zusammensetzungen, Inhaltsstoffen und die haben ich alle zusammen mit Stefan zusammen gemacht. Er hat auch mir erklärt, warum, weshalb, wieso und das wird euch jetzt nochmal in Kurzfassung erklären, was da genau drin ist, wofür es genau ist. Genau, ich erinnere mich noch am ersten Tag, als Rico zu uns kam, hat gesagt, hey Jungs, wir brauchen einen richtig geilen Pump Booster. Da habe ich mich noch informiert, okay, welche Inhaltsstoffe machen Sinn, den Pump begünstigen, langanhalten und richtig den Pump dafür sorgen. Und wir haben wirklich jetzt mehrere Samples probiert und die Dosierung super hochgeschraubt und am Ende des Tages sind wir zu einem richtig coolen Produkt gekommen. Und ich bin mega stolz, einen Pump Booster euch zu fräsieren zu können und ja, seid gespannt. Das ist heftig und wir haben dafür bestimmt ein Dreiviertel gebraucht, aber noch länger, ne? Definitiv. Aber wir haben es geschafft. Das Design ist einzigartig, Leute, no joke. Und die Geschmäcker Mango, Zango und Apfel, Apfel ist aber brutal. Schägt auch noch wirklich mega gut für einen Pump Booster. Und wie gesagt, es ist unbeschämt, um den Koffein, reiner Pump Booster könnt ihr zu jeder Zeit nehmen. Das ist etwas Geile dabei, dass man den halt immer zu sich nehmen kann und auch symbolisch. Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Gold Roger, der König der Piraten. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte. Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben. Sucht ihn doch. Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt. Dieser Schatz ist das One Piece. Und er liegt irgendwo auf der Grand Line. Damit brach das große Piratenzeitalter an. Immer den Wolken hinterher Einer Legende auf der Spur Führt dein Weg dich übers Meer One Piece 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 Bis zum nächsten Mal.